Wir müssen da auch die Menschenrechte von Lesben und Schwulen einbetten in eine breitere Menschenrechtspolitik, weil das werden wir nicht isoliert lösen können, sondern wir schaden unter Umständen sogar den Lesben und Schwulen im globalen Süden. Und da muss die Lesben- und Schwulen-Bewegung auch in Deutschland ein bisschen aus ihrer nationalen Borniertheit herausfinden und sagen, uns geht auch Menschenrechts- und Außenpolitik an und wir müssen da auch die Menschenrechte von Lesben und Schwulen einbetten in eine breitere Menschenrechtspolitik, weil das werden wir nicht isoliert lösen können.